So Leute, jetzt bin ich euch noch das Ergebnis schuldig vom Umbau. Guckt uns die ganze Sache mal an. Ich mache es auch extra mal von oben. Damit man sieht, wo ist der reparierte Wacken. Also, wenn man sich jetzt hier den Faltenbalk anguckt und den Faltenbalk sieht man so gut wie keinen Unterschied, deswegen habe ich auch extra das Licht an. Hier ist es ein kleines bisschen größer. Wenn man das mal sich hier angucken kann, original, original, original zur Reparatur. Reparatur zu original finden. So, na dann. Mal gucken was passiert. Let's Fetz. Zu Beginn gleich erstmal eine Links-Rechts-Kombination. Ansicht von der Innenseite. Also, da sieht man fast keinen Unterschied. Zweitengste Radius. Problemlos. Nochmal die Innenseite. Nochmal die Innenseite. Weichenkombi links-rechts. Funktioniert. Und jetzt kommt das Hakenstück. Und zum Schluss nochmal eine Rechts-Links-Kombi. Dann sind wir ein bisschen langsamer. Und dann können wir ein Stückchen. Und nun das Ganze im Rückwärtsgang. Auch das soll ja funktionieren. Wohlgemerkt, ich habe es noch nicht probiert. Also, wir sind live dabei. Wie mir alles komplett rausfliegen kann, das Ding. Saubere Sache. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und jetzt geschoben durch die Innenseite-Kurve. Wieder DKW. Und ein Pod in den Bahnhild. Und ein Pod in den Bahnhild. So. Funst. Hier jetzt nochmal der Unterschied. Original-Kupplung zur Reparatur. Also, man sieht den Unterschied. Aber der ist echt minimal. Ich finde, Operation gelungen. Und jetzt steht er ordentlich fünfteilig da. Ja. Ich habe zwei umgebaut. Der zweite steht hier. Bei dem, gebe ich zu, habe ich es schon probiert. Weil das war eher so mein Heikel-Ding. Auf der Seite klappt das echt super. Aber auf der Seite, wo ich eben hier geleint habe, sitzt die geleinte Kupplung ein kleines Stückchen zu hoch. Und da steht der Wagen ein kleines Stückchen zu hoch. Und da verliert er immer hier dann den Schienkontakt, weil er einfach ausgehoben wird. Also bei dem zweiten muss ich nochmal ran. Es sei denn, es hätte jemand für mich noch so eine original Kato-Kupplung. Dann kann er sich gerne bei mir melden. Die würde ich gerne käuflich erwerben. So. Operation gelungen. Zug fünfteilig tippitoppi. So kann man das lassen. Als auch wesleo, so müssen sie damit selbst Ally Consulisch arbeiten. Vielen Dank.